Bis zur Bundestagswahl wollen wir Ihnen die Bundestagskandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus unseren Wahlkreisen vorstellen. In dem gleichfolgenden Kurzcheck können Sie sich ein erstes Bild machen. Nach den Nachrichten folgt dann noch ein ausführliches Gespräch mit meinem Kollegen Roland Steck. Heute stellen wir Ihnen Ulrich Bausch von der SPD aus dem Wahlkreis Reutlingen vor. Angela Merkel hat versäumt, Europa zu stärken und sie hat es versäumt, den Kampf gegen den Klimawandel energisch voranzutreiben. Es geht um die Frage, ob es einfach so weitergeht oder ob wir bereit sind für den Wandel. Nur wenn wir uns verändern, werden wir mit den großen Herausforderungen der Zukunft zurechtkommen. Wir brauchen, um die Erderwärmung zu stoppen, einen massiven Ausbau der regenerativen Energien. Wenn uns das gelingt, werden wir auch als Industrieland eine gute Zukunft haben. Wir müssen entschlossen die Altersarmut bekämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass gute Arbeit auch gut bezahlt wird. Und wir müssen den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken. Geben Sie mir und der SPD Ihre Stimme, weil wir entschlossen gegen Altersarmut vorgehen werden. Wir werden dafür sorgen, dass gute Arbeit auch gut bezahlt wird. Und wir werden den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken. Deswegen geben Sie mir und der SPD Ihre Stimme. Vielen Dank. Willkommen zu 16gm-Gain. Wir werden dennoch schmuck nachher, dass ein paar Jahre Zeit werden. Und wir werden die Entspannel-Gain. Wir werden die Entspannel-Gain. Untertitelung des ZDF, 2020